Musik Willkommen zu der Art for Future Kunst für die Zukunft Ausstellung. Meine neuen Zeichnungen, Gemälde, Filme, Musikproduktionen und Bücher für die Art for Future Kunst für die Zukunft Ausstellung verkörpern die ganzheitliche tiefen Bewusstseinsreise durch die leuchtenden, großartigen und abgründigen Dimensionen von super erhebenden Erfahrungen, welche die Plattform sind für die Gegenüberstellung von Leben und Seele des kindlichen Streaming-Zeitalter-Individuums mit der fremdartigen, hyperwirklichen Bedeutung der abstrakt-bombastischen Ängste der Welt. Die Zeichnungen und Gemälde werden in verschiedenen Zonen des FilmOR Multimedia auspräsentiert, um Aspekte dieser Reise durch Gruppierungen von prägnanten Gemälden und anregenden Zeichnungen zu zeigen, wie zum Beispiel die Encounter und Enigma-Series, die 7 Faust-Paintings oder im Miracali Bright Earth Mirror Room durch transvermittelte Bilder und Video-Installationen von meinen futuristischen Full Stream of Consciousness High Speed Movies, wie die House of Time Serie und ebenso durch viele andere Cyberaktionen mit akzentuierten, bewusstseinserweiternden Build Happenings. Alle Gemälde und Zeichnungen der Art for Future Kunst für die Zukunft Ausstellung sind im Ausstellungskatalog abgebildet und beschrieben und können auch als High Resolution Premium Quality Art Prints geordert werden. Applaus